Mit ihrem neu gewonnenen Selbstbewusstsein verstehen die Frauengruppen, wir können etwas verändern, wenn wir die Probleme gemeinsam anpacken. So nutzen die Frauen ihre Treffen auch, um neue Aktionen zu planen. Eine gestärkte Gemeinschaft kann nicht nur Probleme wie Armut besser bekämpfen, sondern auch effektiver mit Herausforderungen wie Naturkatastrophen oder Umweltverschmutzung umgehen. Das Ziel der Selbsthilfegruppen heißt, mit Frauenpower Einigkeit schaffen und Lösungen finden, in der Familie und darüber hinaus.